herzlich willkommen zur nächsten ausgabe unseres permanent podcasts bei dem begriff podcast handelt sich ja um ein kunstwort welches sich aus pot für play on demand spielen auf abruf und cast abgekürzt vom begriff broadcast also rundfunk zusammensetzt erfolgreiche und beliebte podcasts konzentrieren sich sehr auf einen themenbereich und dabei geht es gar nicht unbedingt darum sich nur auf ein konkretes hauptthema zu fokussieren aber inhaltlich sind diese wiedererkennbar und die zuhörenden wissen was sie erwarten dabei werden durchaus neben themen und auch persönliches aufgegriffen aber der fokus wird beibehalten fokus bedeutet nämlich auch einzigartig zu sein haben wir jetzt mit dem permanent podcast einen weiteren hr-podcast ins leben gerufen nein im permanent podcast geht es nämlich um permanent also um uns es geht um unser tagesgeschäft um unser team unsere neuen mitarbeitenden wir machen vorstellungsgespräche der neuen als podcast aber auch mit langjährigen mitarbeitenden und es geht darum was uns ausmacht wie wir drauf sind was uns aktuell bewegt und das kann fachlich aber auch persönlich eben permanent sein und heute ist bei mir im permanent podcast online studio der jens grüß dich jens ja hallo martin ja schön dass es geklappt hat und wir sehen uns auch die zuhörer können nur zuhören aber wir können uns auch sehen und das ist super weil ich sehe dass der jens große freude hat und schon ganz gespannt ist was jetzt auf ihn zukommt ja auf jeden fall ich habe mich auch super vorbereitet von daher kannst du nicht vorbereitet wir haben schon wir haben zumindest darüber gesprochen was das fachliche thema sein wird das fachliche thema heute wird software auswahl sein aber bis wir da bis wir da hinkommen machen wir erst noch ein bisschen was persönliches du kennst das ja von den anderen podcasts ich habe da so ein paar lockerungsübungen dabei und zum beispiel die relaxation also die erste lockerungsübung also da geht es darum da stellt sich jetzt mal ein bisschen vor noch und dann habe ich aber so ein paar fragen an dich und du kannst auch einen joker ziehen nämlich dann wenn dir die fragen vielleicht unangenehm oder zu persönlich werden dann kannst du den joker setzen bei einer frage also du bist der jens und wie alt bist du denn ja ich habe anfang des jahres die vier vorne geknackt also ich bin 40 jahre alt okay hast du einen geheimen spitznamen oder bist du immer nur der jens also ich wurde auch mal gerne zu schulzeiten jensi genannt das hat sich zum glück erledigt vielleicht weil ich nicht mehr zur schule gehe oder einfach weil ich älter geworden bin und halt auch der freundeskreis es gibt dann noch so ein paar spitznamen den online genannt wurde oder so aber ja jetzt keinen richtigen spitznamen habe ich nicht ne stichwort du bist älter geworden wie lange hast du denn heute morgen geschlafen ja ich bin sehr früh aufgestanden das war auch nicht immer so wenn wir bei älter werden sind in jüngeren zeiten habe ich auch mal neun 10 12 13 14 uhr geschlafen je nachdem wie lange der abendfeuer war aber heute morgen war es sechs uhr bin ich aufgestanden weil ich bin ja heute im büro und ich habe mir einen neuen wohnort ausgesucht der etwas weiter weg vom büro ist okay und wie sieht denn dann so deine erste stunde des tages aus also jetzt heute bist du wahrscheinlich dann auch losgefahren oder warst du gestern abend schon angereist aber generell wenn du auch zu hause aufstehst wie sieht denn so deine erste stunde des tages aus was machst du da so ja ich gehe es gerne ruhig an was ich auch mal ganz gerne mache ist morgens mit den hunden eine runde gassi gehen oder mal eine fahrrad eine kleine fahrradrunde zu machen eine halbe stunde reicht auch schon damit man nicht direkt am morgen mit stress startet sondern halt einfach viel entspannter in den tag startet und das geht über den ganzen tag hinaus also dass man halt auch einfach viel ruhiger ist und ja einfach entspannter ist dass man morgen schon direkt so einsteigt dass man den stress gar nicht an sich heranlässt sondern ganz ruhig angeht tisch wird entspannen was ist denn dein lieblingsort um zu entspannen mittlerweile ist es mein garten wir haben super schönen ausblick in die freie natur unverbaut viel grün und da macht das einfach spaß im garten zu liegen ein buch zu lesen oder ein bisschen am tablet zu beschäftigen oder einfach halt in die natur zu gucken gibt es denn noch irgendwelche anderen hobbys und leidenschaften die du außerhalb der arbeit dann gerne machst also ich habe jetzt ja schon gehört garten und im tablet lesen und so aber was hast du noch so für hobbys oder leidenschaften die du verfolgst sehr viel sport und am besten alles draußen in der freien natur also ich habe einen kajak zu hause ich habe tennisschläger ich habe paddelschläger ich muss gerade überlegen ich jogge geht sehr gerne ich fahre gerne fahrrad und ja so könnte es quasi weitergehen kletterschuhe habe ich auch noch aber die benutze ich viel zu selten genau ja und wenn du jetzt so wichtige ereignisse vor dir hast gibt es dann irgendwelche besonderen rituale oder gewohnheiten die du dann durchführst vor großen wichtigen ereignissen vielleicht angelehnt an den sport ich meine da geht man ja auch so ein spielfeld und weil es jetzt geht es ja um was gibt es ein ritual was du vorher durchführst für dich ne tatsächlich eigentlich nicht also da habe ich wirklich gar nichts wie ich hatte mal einen großen sportmoment wo wir dann ja auch deutscher meister geworden sind im lacrosse war das und da habe ich vorher einfach nur musik gehört was ich eigentlich sonst nie mache aber in dem moment habe ich es einfach irgendwie gefühlt und gebraucht und genau aber ansonsten das mache ich halt das mache ich sonst nie das war wirklich vor diesem einen spiel wahrscheinlich wegen der nervosität und mich abzulenken aber ansonsten habe ich kein ritual kein ritual okay ja dann gehen wir mal zum thema bücher und filme oder serien hast du da in letzter zeit irgendwas spannendes genossen eine serie geschaut einen film geschaut im kino dann ganz gutes buch gelesen wo du uns jetzt mal was von erzählen kannst von adler olsen die bücher habe ich ganz gerne gelesen und die finde ich alle ich habe noch nicht alle bände durch aber die ich glaube ich weiß gar nicht genau vier bände habe ich jetzt gelesen es gibt glaube ich sechs oder sieben und die finde ich alle sehr sehr spannend und kann ich nur empfehlen ich habe ja noch so mehr so jetzt fragen stehen die nacheinander jetzt hier noch so kommen wenn du ganz spannend hier wenn du einen tag lang jede erdenkliche fähigkeit haben könntest welche würdest du dir auswählen einen tag lang fliegen fliegen das war immer schon so irgendwie bei mir so wie superman ja ja genauso wie superman andererseits denke ich mir halt so beamen wäre natürlich noch viel cooler aber ich weiß nicht ob das als fähigkeit gilt das wäre wahrscheinlich noch effizienter weil ich dann direkt an dem ort bin wo ich bin ja aber fliegen ich glaube das ist doch noch der interesse auch noch interessant weil man halt aus einer anderen perspektive die welt noch mal beobachten kann und der weg auch so auch noch was anderes ist da kann man ja auch viel erleben also von daher bleibe ich auch bei fliegen ja finde ich sehr gut hast du eine besondere speise oder ein besonderes gericht also was du besonders gerne ist meine ich also nicht ob du es hast sondern ob du es gerne ist in so eine leib speise rotkohl es war schon immer rotkohl okay ich weiß nicht ganz genau woher es kommt vielleicht schon aus der kindheit wenn ich bei meiner oma war gab es eigentlich immer rotkohl und irgendwann hat sie es halt auch gemacht weil sie wusste dass ich gerne esse also ich esse rotkohl schon seit kindheitstagen sehr gerne dann sind wir jetzt beim essen gewesen jetzt kommt die musikrichtung und die künstler die du vielleicht am liebsten hörst was ist deine lieblings deine lieblings musik richtung oder konkret auch ein künstler dazu ja es war viel rockmusik ich war auf mehreren toten hosen konzerten ansonsten höre ich aber auch viel querbeet und was wir gemeinsam haben und wovon ich auch immer noch sehr begeistert bin du warst ja jetzt erst am letzten wochenende da ja genau also es war halt einfach ein fantastisches erlebnis coldplay konzert in düsseldorf es war ein schöner heißer sommertag auch der regen der heftige regenschau muss man dazu ja sagen der in düsseldorf unterkam hat das ganze nicht kaputt gemacht es war einfach eine fantastische stimmung und ich kann verstehen dass du zum zweiten mal auf dem konzert ja genau ich war jetzt in münchen und wir hatten kein regen zum glück aber ja das war mega ganz stark also schon toll was die machen live ja ja jetzt kommen wir zum jens noch mal ein bisschen näher ran die die drei charaktereigenschaften von denen du sagst dass sie auf jeden fall auf dich zutreffen drei stück viele also was viele mal über mich sagen ist so so die ruhe die ich habe die strahle ich auch auf meine mitmenschen auf also eine kollegin ehemaliger hat mal gesagt ich bin so der fels in der brandung egal was kommt wie stürmisch es draußen ist oder auch was für immer für hürden in projekten kommen oder ähnliches mich bringt er nicht so schnell aus der ruhe bis jetzt habe ich es ja auch noch nie erlebt dass irgendwas nicht lösbar wäre also von daher ist das so halt mein bin halt ich dass ich halt einfach sagen kann alles ist lösbar und das habe ich mit so einer gewissheit und strahle das anscheinend auch auf andere aus dass das so als wo ich sagen würde dass es meine stärke sehr schön ja jetzt hast du schon gesagt das wäre nämlich meine nächste frage deine deine stärken die hast du jetzt schon gesagt aber gibt es auch beim jens eine schwäche ja ich bin durchaus auch ein bisschen chaotisch mit den jahren habe ich natürlich auch so ein bisschen gelernt damit umzugehen daraus aber ist auch schon wieder so ein bisschen so eine stärke geworden ich weiß trotzdem immer wo alles ist ich finde mich immer zurecht also von daher solange es mir wichtig genug ist wenn es mir nicht wichtig genug ist dann verwirte ich es halt auch vergessen und das ist auch schon mal vorgekommen aber so alles was mir wichtig ist und so das würde ich halt nie vergessen da brauche ich auch keinen kalendereintrag machen oder sonst irgendwas das ist dann einfach fest in meinem kopf verankert ja aber es ist schon oft vorgekommen dass ich halt sachen vergessen habe die vielleicht anderen wichtig waren und genau ja okay du weißt ja nach wie vor dass du noch einen joker übrig hast also der joker kann noch genommen werden vielleicht brauchst du denn jetzt in den nächsten fragen was sagen denn deine kolleginnen und kollegen über dich und was sagt deine partnerin über dich ich habe schon mal feedback bekommen also eine sache hatte ich ja auch eben schon mal gesagt dass mit der mit der ruhe die ich ausstrahle ich glaube was halt auch noch das fällt mir auch noch so ein dass ich begeisterung für viele themen habe also jetzt sei es jetzt neuerdings ki was man damit alles machen kann oder auch im bereich engagement wie ich mich für solche modernen themen auch die sind ja durchaus modern begeistern kann und ja das scheint wohl auch auf andere wieder ein bisschen über zu springen kann ich bestätigen absolut und deine deine partnerin was sagt die denn über den jens oder die würde das wahrscheinlich mit dem chaotischen sagen brauchen wir keinen joker da bist du ganz ehrlich passt was war denn bisher dein größter erfolg und was war dein größter ja ich sag jetzt mal fuck up also wo es nicht geklappt hat ja der schon das mit der deutschen meisterschaft im lacrosse erwähnt das also auf sportlich gesehen war das so mein höhepunkt auch wenn jetzt lacrosse eine randsportart ist und man dort schneller vielleicht zu dem ziel kommt war das für mich trotzdem ein erlebnis ja das halt unvergessen ist also tierisch drüber gefreut wir haben auch viele jahre hart darauf hingearbeitet und es waren bestimmt fünf jahre wo wir kontinuierlich immer recht nah dran auch schon waren aber es bis ins finale nicht gereicht hat und ja dann direkt auch im ersten anlauf wo wir das erste mal im finale waren dann halt auch direkt die deutsche meisterschaft zu gewinnen das war schon war schon großer erfolg und da hatten sich sehr gefreut und dann war ausgelassen gefeiert und wir haben sogar nach zehn jahren ist ja schon mittlerweile über zehn jahre her haben uns dann auch noch mal mit der truppe getroffen und dann auch noch mal in erinnerung geschwägt weil war halt einfach ein fantastisches erlebnis sehr gut und der größte fuck up gibt es einen den du nennen magst sonst nennen wir da den joker ich meine kein problem ja nehmen wir da den joker aber mir fällt jetzt auch nichts ein hast du noch einen traum den du dir noch erfüllen möchtest den du mit uns teilen willst ich reise sehr gerne und obwohl ich viele träume wo ich noch gerne hin möchte würde ich aber jetzt hier australien nehmen da da willst du noch mal unbedingt hin ich nicht noch mal ich war noch nicht da aber es ist noch mal genau da will ich hin ist ein super schönes land und ja mit schöner landschaft und es ist halt auch ja noch nicht so zugebaut es gibt ja viele wüste und alles und also viel natur die man dort auch noch erleben kann und das finde ich halt einfach spannend und schön und ja es ist halt auch sehr weit weg was natürlich auch noch mal so ein bisschen den reiz hat ja super jetzt haben wir noch so ein paar fragen zum thema jens und permanent also wie lange bist du schon dabei und wie kamst du zu permanent ja ich bin jetzt seit über viereinhalb jahren bei permanent und ja als ich bei meinem vorherigen arbeitgeber war in der personalabteilung und war sehr speziell unterwegs und ja ich habe da meine prozesse so angefangen zu digitalisieren weil was wir jetzt bei vielen kunden auch noch erleben dass halt irgendwie eine excel datei im unternehmen hin und her geschoben wird in mehreren versionen und am ende weiß keiner mehr ja was die letzte version oder die aktuelle version ist sowas habe ich halt auch von meiner die vor mir dort war im unternehmen auch eine excel datei bekommen und da habe ich dann angefangen hr prozesse zu digitalisieren und das hat mir so viel spaß gemacht dass ich gesagt habe sowas will ich eigentlich ja auch dauerhaft machen und ja so bin ich dann irgendwann über die stellenausschreibung von permanent gestolpert also klassisch über internet recherche gesucht und dann eben gefunden und ja dann direkt beworben und ja kurz danach auch schon eine e mail dann telefonat mit dirk und dann ging das auch eigentlich relativ schnell prima und was macht dir jetzt an deinem job am meisten spaß und was gibt es was dir vielleicht nicht so viel spaß macht also was magst du unter umständen nicht so sehr auf jeden fall der kontakt mit dem kunden den mag ich genau der das macht mir unheimlich viel spaß und auch einfach die also das motiviert mich an meiner arbeit die den beim kunden halt einfach denen zu helfen effizienter zu arbeiten dass die entlastet werden sich um andere strategische themen kümmern können weil hr arbeit ist ja leider immer noch sehr viel administrativ und das macht mir halt einfach spaß die prozesse zu verschlanken und zu digitalisieren dass einfach auch mehr raum wieder für die menschen da ist ja und da passt ja dann auch unser fachthema noch ganz gut dazu was wir nachher noch mal wo wir uns nachher noch mal drüber erhalten nämlich die software auswahl das tool was man da benutzen kann da wirst du uns ein bisschen was zu sagen können und damit komme ich zu diesem zum letzten punkt noch also wenn du jetzt an permanent denkst so ganz spontan was kommt dir dann in den sinn also sowas wie gibt es da freiheiten eigene ideen einbringen so wie wie gibt es gibt es da irgendwas wo du sagst ja klar wenn ich jetzt an permanent denke fällt mir als erstes etwas ganz besonderes ein ja auf jeden fall die das vertrauen was mir hier entgegengebracht wird und auch die freiheiten die man hier wirklich hat also man kann sich ja frei entfalten und wir haben ja auch schon themen zusammen vorangebracht bei permanent und diese möglichkeiten hat man halt in anderen und gerade auch in großen konzernen nicht da ist halt einfach abgesteckt dein arbeitskreis dein aufgaben gebiet und das haben wir hier halt einfach nicht wir können uns themen rauspicken die uns spaß machen sei es zum beispiel ki dass man da zusammen was bastelt und gerade aktuell versuche ich mit dem hacking noch so ein ki sprachbord zu bauen der dann quasi mit spracheingabe dass man da dann mit jemandem kommunizieren kann und ja das hat man einfach in anderen unternehmen nicht die möglichkeit sachen einfach auch mal auszuprobieren klasse also ich habe auch die ki benutzt gutes stichwort um das nächste spiel vorzubereiten das nächste spiel was ich mit ihr jetzt mache also erstmal dankeschön für diese erste lockerungsrunde jetzt wissen wir schon sehr viel mehr über dich und die nächste runde ist jetzt kaffee oder tee das kennen wir ja auch schon aus den anderen podcasts diese runde lebt davon dass wir schnell und spontan antworten also ich sage zwei begriffe und du musst dich halt für einen von beiden entscheiden und alles was ich da jetzt zusammengetragen habe kommt aus der ki tatsächlich raus also wir fangen mal an da bin ich ja gespannt und jetzt immer spontan auf eins von beiden von den beiden begriffen ja also kaffee oder tee geht's los kaffee oder tee tee frühstück im bett oder gemütliches frühstück im café gemütliches frühstück im café katzen liebhaber oder hunde liebhaber ja als hundebesitzer natürlich hunde stadt leben oder land leben land leben papierbuch oder ebook papierbuch singen auf dem stillen örtchen oder singen unter der dusche gar nicht hatte vorhin das thema mit marianna mir wurde mal in der grundschule hat haben wir immer zu weihnachten was aufgespielt und meine lehrerin hat meinen gesangspart gestrichen dass ich bin gebrandmarktes kind also ich singe nicht okay bungee jumping oder fallschirmspringen fallschirmspringen morgen mensch oder nacht mensch morgen mensch e mail schreiben oder persönliches gespräch persönliches gespräch skifahren oder snowboarden snowboarden konzert oder musikfestival konzert science fiction oder fantasy science fiction pizza oder pasta pizza jetzt achtung ananas auf pizza oder ananas gehört nicht auf pizza die ki ist toll oder ja ja ich habe schon mal eine pizza herweil gegessen also ananas auf pizza bettdecke teilen oder eigene bettdecke eigene bettdecke die to do liste schreiben oder die to do liste ignorieren die to do liste schreiben montags morgens voll motiviert oder total müde voll motiviert das bier aufmachen mit dem feuerzeug oder mit den zähnen feuerzeug feuerzeug die armen zähne dann habe ich eins das finde ich auch also wie gesagt die ki hat's gemacht ne ein sandwich diagonal schneiden oder ein sandwich in winzige quadrate schneiden weil man sich dann fancy fühlt groß oder ja ja ich habe noch nie einen würfel geschnitten also diagonal flohmarkt oder einkaufszentrum einkaufszentrum geld sparen oder geld ausgeben na ich bin schon eher der sparfuchs also ja geld sparen zuhause arbeiten oder im büro im büro fahrrad oder auto fahrrad sprachnachricht oder schreiben schreiben anrufen oder schreiben anrufen der letzte ist noch mehr oder berge mehr ich habe jetzt glaube ich noch vom sport ja hier kajak fahren oder rafting kajak fahren und dann noch ich glaube das fahrrad fahren hatten wir schon aber inline skaten oder fahrrad fahren fahrrad fahren fahrrad fahren ist bleibt dabei genau sehr schön das kaffee oder tee und dann gehen wir direkt über in auto vervollständigung von sätzen also du bist die auto vervollständigung wenn ich zeit für ein hobby habe verbringe ich sie am liebsten mit mit meiner freundin und am liebsten dann bei einer wanderung die beste reise meines lebens führte mich nach kalifornien wir haben einen road trip nicht nur durch kalifornien gemacht bis san francisco angefangen bis runter los angeles sogar san diego und dann yosemite national park und joshua tree national park las vegas und dann und dann auch noch ganz im norden lake tahoe und ja also viel gesichert große reise die größte herausforderung der ich je gegenüber stand war es gibt so viele sachen und alles war irgendwann mal herausfordernd ähm so zuletzt äh wo ich mich dran erinnere war so ein kajak fahren ähm auf der sotscha in slowenien war auch ein großer traum von mir und ähm ich bin vorher immer nur so auf ruhigen gewässern äh gepaddelt und äh dann auf so einem doch sehr wilden fluss wie der sotscha zu paddeln das war schon sehr herausfordernd und ähm ja aber halt auch im job ne auch hier ja jetzt anzufangen ähm eine software oder mehrere software ja auch äh dann kennenzulernen und die dann auch so beherrschen zu können dass man die beim kunden implementieren kann äh also das war auch schon sehr herausfordernd das ist die perfekte überleitung also erstmal auch hier nochmal danke für die für die beiden schnellen runden jetzt ähm aber du hast das jetzt schon super übergeleitet wir kommen jetzt zu diesen fachlichen also zum thema software auswahl ne du hast ähm da ähm haben wir vorher schon ein bisschen drüber gesprochen dass du da uns ein bisschen was erzählen kannst ähm das ist ja eine dienstleistung also quasi auch ein produkt was wir bei permanent anbieten und vielleicht kannst du uns einen überblick darüber geben was genau software auswahl jetzt ist und in welchen mehrwert es für unsere kunden bietet warum es notwendig ist so ein produkt zu entwickeln also wir haben das ja nicht einfach macht weil es uns so eingefallen ist sondern wir haben ja eine notwendigkeit entdeckt ähm gab es spezifische kundenbedürfnisse die wir dann da mit eingebaut haben also kannst du uns ein bisschen erzählen ähm und so zur einführung zu diesem software auswahl thema ähm was das genau ist und was wir da tun ja sehr gerne ähm ist mittlerweile einer meiner lieblingsthemen geworden ähm einfach deswegen auch hier ne wir können kunden wieder helfen der hr software markt der ist schon sehr groß ähm wir haben die großen hr suite anbieter natürlich aber es gibt ja auch immer noch viele äh kleine spezielle anbieter und ähm wir haben halt einfach gemerkt dass der kunde in dem prozess ähm nicht immer unbedingt die richtige software für sich ausgewählt hat ne das hat natürlich auch zu frustration geführt und das ist ja auch der grund warum kunden jetzt auf uns führen äh äh auf uns zukommen weil der markt halt einfach sehr groß ist äh es passiert ja auch sehr viel im hr software markt ne es gibt fusionen es gibt aufkäufe und äh es gibt weite entwicklungen also da am ball zu bleiben ähm ist für uns schon schwierig und dann für den kunden ja schon fast äh unmöglich da immer am ball zu bleiben ja und wir haben halt einfach einen prozess entwickelt wo wir den kunden durchführen ähm bis wir dann halt auch am ende äh den kunden befähigen eine entscheidung treffen zu können welche software für ihn denn die richtige ist man muss vielleicht auch dazu sagen es gibt nicht die perfekte software ja das sonst bräuchten wir das produkt vielleicht auch nicht sonst könnte man einfach sagen ja genau sondern eben wirklich ähm wir haben an dem kunden ausgerichtet soll es eben die möglichkeit geben das beste produkt für den kunden zu finden und jeder hat unterschiedliche bedürfnisse deswegen gibt es auch immer wieder kunden die unterschiedliche entscheidungen treffen also es gibt jetzt keinen anbieter den man irgendwie so herausreben könnte der irgendwie immer gewinnt sondern es sind tatsächlich immer unterschiedliche anbieter weil auch die anforderungen ebenso unterschiedlich sind ja du hast ja schon gesagt wir haben uns dann da ein gewisses vorgehen oder ein prozess überlegt kannst du ein bisschen was zu sagen zu diesem sagen wir mal so einen typischen ablauf von so einem software auswahl projekt so von der ersten kontaktaufnahme mit dem kunden bis zur finalen entscheidung welche faktoren spielen denn dann bei der bewertung und bei der auswahl der richtigen software während dieser ganzen prozessphase dann die entscheidenden rollen oder auch was mich auch noch interessiert ist dass er jetzt am ende muss ja dann die lösung also das endergebnis ist ja dann die lösung für den kunden der eine software sucht wie stellen wir sicher dass es wirklich die optimale lösung dann ist oder die beste lösung also so dieser ganze prozess der in den haben wir uns ja wirklich sehr zusammengearbeitet also zusammen erarbeitet kannst du da ein bisschen was zu sagen wie wir da so grob vorgehen wer hat den ersten großen gemeinsamen termin den wir haben werden ist eben der kickoff termin die machen auch gerne vor ort weil da findet halt ein reger austausch statt wir schauen uns einfach die prozesse beim kunden an und arbeiten dann auch schwerpunkte heraus aber wir gehen auch sehr ins detail und wollen herauskitzeln okay wo sind denn die besonderheiten weil wenn man halt oberflächlich bleibt dann könnte man meinen jede software passt irgendwie auf den kunden und deswegen bohren wir halt ein bisschen tiefer und gucken einfach ganz genau okay wo sind denn die herausforderungen und da stellen wir dann gezielt fragen und bohren dann halt auch eben entsprechend nach was denn damit genau gemeint ist wie die der prozess auslassen dass wir uns im detail beschreiben und aus diesen aus in diesem kickoff und das was wir eben da halt aufnehmen entwickeln wir dann eben eine anforderungsliste die wir dann auch nochmal im nachgang mit dem kunden bearbeiten um eben genau herauszustellen okay ne was möchte der kunde gerne haben und mit dieser anforderungsliste gehen wir dann eben einen 10 ausgewählte software anbieter wo wir halt einfach schon sagen wissen okay die würden passen aber im detail wissen was natürlich auch nicht bei jedem anbieter wir probieren auch immer mal wieder gerne neue oder etwas unberkanntere anbieter aus und gucken einfach mal ob das nicht vielleicht auch passen würde und ja mit mit den antworten der anbieter und halt auch unseren erfahrungen die wir gemacht haben kommen wir dann eben zu einer entscheidung die wo wir dann eben auf drei anbieter runter gehen und mit diesen drei anbietern machen wir dann weiter wir machen vorher ja noch erstellen wir drei use cases da gucken wir uns auch wieder drei prozesse vom kunden an und lassen uns dann vom vertriebler in einem termin mit dem anbieter halt eben direkt uns diese drei prozesse darstellen und das ist auch ein großer mehrwert den wir wo wir das feedback immer vom kunden bekommen dass die sich dort einfach viel einfacher wiederfinden viel besser den termin nachvollziehen können weil halt eben der vertriebler nicht seine show abzieht sondern eben auf die bedürfnisse eingeht die der kunde eben hat und dadurch dass der prozess vorher schon eben vom kunden definiert wurde fällt es dann natürlich auch einfacher dem ganzen zu folgen weil solche termine sind ja auch recht lang und da dann durchgehend aufmerksam zu sein das ist natürlich sehr sehr schwierig und wenn man dabei einfach weiß okay das meinte gerade das würde mir zeigen dann ist es natürlich auch einfacher hier zu folgen dann im anschluss nachdem wir die präsentation haben werten wir das eben aus auch mit dem feedback des kundens und bewerten auch dann die einzelnen bereiche und gucken halt auch wo die schwerpunkte des kundens liegen und geben dann halt auch entsprechend eine empfehlung aus mit anhand dieser empfehlung kann dann soll der kunde befähigt werden dann auch eben eine eigene Entscheidung treffen zu können ja jetzt hast du ja schon einiges an erfahrung aus diesem prozess machen können weil du hast ja schon diverse software aus projekte begleitet kannst du uns ein beispiel nennen also nicht jetzt den den firmen oder den kundennamen aber ein beispiel aus der software auswahl was jetzt für dich besonders herausfordernd war und was du dann wie du das gemeistert hast ich denke mal die projekte sind ja nicht alle gleich weil jeder kunde ist da eben anders hast du ja eben auch schon gesagt aber was war vielleicht so das wo du gesagt hast wow da haben wir uns etwas besonderes jetzt auch überlegt während dieser phase ja also da erinnere ich mich ganz gut an einen kunden und habe ich zusammen mit dem kollegen Olaf gemacht das war von uns von anfang an schon mit den informationen die wir aus dem vertrieb bekommen haben war uns wussten wir halt schon okay das wird recht schwierig die hatten schwerpunkte gesetzt die nur schwierig in einer software unterzubringen sind weil jede software hat halt seine schwerpunkte die haben in der regel einen punkt wo die herkommen und denen können sie sehr gut und dann andere sachen wo sie halt ein bisschen schwächer sind und ja wir wussten von anfang an das wird schwierig das alles in einem produkt unterzubekommen und haben das auch relativ früh kommuniziert und haben auch gesagt dass es sein könnte dass das halt eben nicht am ende ein produkt sein wird obwohl das ausdrücklich der wunsch vom kunden war und ja aber das hat sich tatsächlich dann auch sehr schön entwickelt das wurde dann halt auch immer deutlicher dass hier wirklich ein produkt das gar nicht lösen kann die ganzen anforderungen die der kunde eben hat das waren halt drei schwerpunkte einmal lohnabrechnung alles rund um zeitwirtschaft mit abwesenheiten aber auch personal einsatzplanung personal kostenplanung und ja da haben wir es dann tatsächlich geschafft und ich bin auch ganz froh dass der kunde den königsweg gewählt hat er hat nämlich die es sind am ende zwei anbieter geworden das waren die beiden teuersten anbieter die dann sowohl auf der longlist als auch auf der shortlist waren und deswegen sind wir sehr froh geworden dass da auch tatsächlich dann am ende das finale go auch von der geschäftsführung kam dass diese beiden produkte eingekauft werden weil wir halt einfach auch fest daran glauben dass das die richtige entscheidung war man wir hatten noch so einen plan b aufgestellt wo die die anderen beiden software anbieter dann deutlich günstiger waren aber wir wussten halt so richtig glücklich wären sie halt wirklich nur mit dem königsweg und deswegen mittlerweile haben wir ja gewissheit dass es die beiden produkte geworden sind die zwar teuer sind aber wo wir halt auch eben glauben dass es die richtigen produkte sind ja noch ein bisschen mehr erfahrung aus der praxis brauche ich von dir und zwar hast du am anfang bestimmt auch mitbekommen oder als es dann losging mit unserem software auswahl produkt was sind denn die häufigsten fehler die die unternehmen bei der software auswahl machen und wie können wir jetzt dann konkret da helfen um eben diese fehler zu vermeiden da schaffst du da auch ein zwei beispiele ja also wichtig ist auf jeden fall ein klares Zielbild zu haben was man denn will also auch Kunden zum Beispiel bei dem Kunden wo ich gerade darüber berichtet habe die hatten zwar schon relativ gut ihre Anforderungen gestellt die wussten ja auch so wohin es gehen soll aber dann tatsächlich hatten sie halt Schwierigkeiten ja eine Entscheidung treffen zu können und da haben sie halt bei uns eben die Hilfe gesucht und da haben wir halt eben den Mehrwert bieten können einfach auch mit unserer Erfahrung heraus und ich glaube Hilfe holen ist auch ein wichtiger Punkt dass wenn man halt einfach nicht weiterkommt sagt okay wir brauchen jetzt Hilfe von extern um dann halt einfach auch mal eine Entscheidung treffen zu können und aus der Vergangenheit kenne ich auch Beispiele wo Entscheidungen auch mal zwei drei Jahre aufgeschoben wurden was dann aber am Ende ja auch nicht hilft und ob dann eine andere Entscheidung getroffen wurde weiß man ja halt auch nicht deswegen ist es wichtig früh ja ein Zielbild sich festzustellen auch einen klaren Projektplan zu erstellen dass man sagt da bis dahin möchte ich auch eine Entscheidung getroffen zu haben das helfen wir da helfen wir eben auch weil wir halt einen klaren strukturierten Prozess haben und ich glaube das einzige Mal wo wir unseren Zeitplan nicht einhalten konnten das ist weil ein Vertriebler krank wurde und da mussten wir den Termin immer eine Woche verschieben aber genau ansonsten haben wir halt einfach unsere Zeiten immer eingehalten und den Kunden befähigt hier auch schnell eine Entscheidung treffen zu können ich will nochmal auf den Kundennutzen auch eingehen also du hast ja erzählt dass es diese Use Cases gibt und dass dann die drei ausgewählten Anbieter der Shortlist dann die Use Cases ja präsentieren und ich will da so ein bisschen drauf hinaus dass wir ja bei dieser Präsentation dabei sind ist das ein großer Vorteil für den Kunden kannst du da mal was zu sagen wenn wir das begleiten im Gegensatz dazu dass er ansonsten ja die hast du auch schon vorhin gesagt Vertriebsshow nur sehen ja natürlich wenn die Vertriebler wissen dass hier Experten mit am Tisch sitzen dann wird sich nochmal ein bisschen anders verhalten ich glaube ganz wichtig ist auch halt dass wir immer wieder den Fokus richtig setzen also ganz oft merken wir halt immer wieder dass der Vertriebler bei einem Feature was ihm sehr gut gefällt dass er sich sehr lange daran aufhalten kann wo wir dann halt einfach einspringen können und sagen können okay wir haben das verstanden kannst du bitte weitermachen oder beziehungsweise halt auch den Kunden erstmal fragen so ist das für euch klar habt ihr noch Fragen dazu dass wir das halt ein bisschen steuern dass halt eben die Schwerpunkte richtig gesetzt werden nämlich auf die Punkte die der Kunde sehen will und nicht die Punkte die der Vertriebler gerne zeigt wie siehst du denn dieses Produkt Software Auswahl was wir da geschaffen haben so in der Zukunft also wir werden das ja weiterentwickeln hast du da schon so so Dinge im Kopf wo du sagst guck mal da haben wir schon was verändert das ist ja mit Sicherheit nicht so wie es ganz am Anfang war sondern wir entwickeln das ja mit jedem Projekt eins weiter hast du da was wo du sagen kannst okay ich denke mal bald werden wir noch daran arbeiten oder wir haben jetzt schon das und das umgestellt was einfach spannend ist zu sehen wie das Produkt einfach sich weiterentwickelt in der Zukunft ja genau also wir nehmen ja konstruktives Feedback immer gerne auf und wollen das Produkt auch immer weiter verbessern sei es halt auch einfach mal so organisatorische Sachen also wir haben viel immer über E-Mail kommuniziert oder mit einem Word-Dokument gearbeitet das Word-Dokument fanden viele zu unhandlich dann haben wir eine Umfrage daraus gebastelt die dann auch von mehreren Teilnehmern bearbeitet werden kann genau da haben halt einfach einen Ort geschaffen wo alle Dokumente zentral abgeschlägt werden können und wo dann jederzeit die Punkte eingesehen werden können und man nicht immer in E-Mails suchen muss aber natürlich perspektivisch so als Vision arbeiten wir auch daran noch so einen Katalog zu entwickeln sag ich mal um halt einfach noch besser eine Longlist auf den Kunden zugeschnitten erstellen zu können im Moment wissen wir viele Informationen wir haben sie nicht immer festgehalten und dokumentiert sondern ist dann meistens immer so aus dem Kopf heraus aber wenn man wirklich nochmal nachschlagen kann passt das denn auf den Kunden ist das zugeschnitten wie viele Punkte werden denn davon erfüllt dann haben wir da natürlich einen riesengroßen Vorteil und wenn ich halt auch einfach mal gucke wie die Kunden die einzelnen Anbieter wahrnehmen weil jeder guckt ja mit einer anderen Brille drauf und ich glaube das Feedback zu den einzelnen Anbietern ist auch nochmal sehr sehr wichtig auch gerade für zukünftige Kunden weil dann können wir auch noch viel besser die Stärken und Schwächen eines Anbieters herausfiltern Schönes Stichwort noch zum Schluss zukünftige Kunden was möchtest du denn den Zuhörenden die vielleicht unsere zukünftigen Kunden sein können jetzt noch mitgeben zum Thema Softwareauswahl so ein Aufruf zum Beispiel so hey wenn ihr gerade dabei seid dann ja also kommt auf uns zu sprecht uns an ganz großes ein Messe Highlight die Zukunft Personal liegt ja vor uns da gibt es natürlich ein riesengroßes Messe Highlight was also aus meiner Sicht unsere Koryphäe Dirk Linn hat sich ja hier was Schönes ausgedacht und hier im Team haben wir es zusammen umgesetzt eine HR Software Rallye und ich glaube ein Muss für jeden Messebesucher der zumindest eine HR Software sucht denn so viel gebündeltes Knowhow und in so einer kompakten Zeit ja das das wird man so auf der Messe nicht finden und ja man kriegt einen schnellen Überblick über die einzelnen Anbieter die an dem Programm eben teilnehmen ich kenne jetzt nicht die alle einzeln auswendig aber da geht schaut einfach auf unserer Webseite vorbei meldet euch an und ich kann es nur empfehlen in so kurzer Zeit so viel Wissen zu sammeln das wird man sonst nicht auf der Messe erleben ja wir werden auf jeden Fall die Webseite dann mit hier im Podcast noch verlinken also wir werden das im Beschreibungstext noch mit reinschreiben damit ihr da direkt drauf klicken könnt und dann nochmal bei der HR Software Rallye bei den ganzen Informationen nachlesen könnt was der Jens gerade erzählt hat super spannend ich freue mich auch schon sehr drauf da werden wir ja auch beide vor Ort sein und ja damit kommen wir jetzt so ein bisschen zum Ende ich bin ganz begeistert ich hoffe dir hat es Spaß gemacht bei diesem Podcast Jens ja war super spannend und ich bin gespannt was du alles rausschneiden würdest das hier lassen wir auf jeden Fall drin sehr gut du darfst zum Ende des Podcasts nochmal einen Wunsch äußern wer denn aus dem Team als nächstes in den Podcast kommen soll dann werde ich die Person auch dann einladen aber du darfst mal den Vorschlag machen okay in Erinnerungsjahr wäre natürlich schon alles dran war es ein bisschen schwierig war die Sarah schon dran nein ich würde mich sehr freuen sie hier als nächsten Gast zu haben das wird ein sehr unterhaltsamer Podcast und es wird viel zu lachen geben da bin ich mir sicher deswegen muss unbedingt Sarah vor das Mikrofon alles klar also Sarah wenn du das hörst der Jens möchte dass du in den nächsten Podcast kommst ich werde die Sarah dann mal drauf ansprechen und dann werden wir das mal entsprechend angehen ja nochmal vielen vielen Dank Jens hat super viel Spaß gemacht wir haben dich sehr gut kennengelernt und das Produkt Software Auswahl und die HR Software Rallye auch noch ein bisschen ich sag schon mal Tschüss das letzte Wort hat natürlich dann der Gast der Jens und ja bis zum nächsten Podcast ja vielen Dank auch dir Martin es hat mir sehr viel Spaß gemacht ja und alle da draußen gebt nicht auf kämpft für eure HR Prozesse und diese zu digitalisieren und wenn ihr Hilfe braucht ihr wisst wie ihr uns kontaktieren könnt also Tschüss zusammen